Hi, ich bin der Sebastian von Composite RC Gliders. Wir feiern unser Debüt auf dem Flying Circus und haben einige unserer Modelle mitgebracht. Hier haben wir beispielsweise unsere brandneue Ventus 3 seit circa drei Wochen im Shop verfügbar. Hinter mir liegt der Shark, hier oben die ETA und dann haben wir natürlich auch hier vorne noch ein bisschen F3J Material dabei. Also verfolgt uns gerne auf den Social Media Kanälen oder auf dem Kanal vom Flying Circus und schaut es euch an. Auf Wiedersehen.